Hallo und herzlich Willkommen bei der Bedeutung Blümand. Ich habe mir vorgenommen, freundlicher, geselliger und liebevoller zu sein. Los geht's. Das machst du sehr gut. Das macht mir viel Spaß, die dabei zuzuzucken. Über Harvest Moon. Harvest Moon ist ja nicht. Oder muss man vielleicht in der anderen Welt graben? Ich geh jetzt zum Dungeon. Ja? Wo soll ich denn sonst hin? Du sollst die Ocarina finden. Und die ist da verbudelt, oder was? Ja, entweder da oder in der anderen Welt. Soll ich jetzt jeden Quadranten beider Welten durchfliegen, hier, oder was? Sprich doch mal kurz mit mir, vielleicht sagt mir die, wo die ist. Ja, scheiße. Vielleicht musst du in die andere Welt. Wie kann man etwas verlieren und man vermutet das dann in der Erde, wenn man das nicht explizit verbudelt hat und einfach vergessen hat? Ja, ich muss mal finden. Ich muss mal finden, das ist so. Reiß mal, reiß mal zurück. Ich wollte das Spiel eigentlich gerne noch in der nächsten halben Stunde schaffen. Kann ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht. Ich hab doch gedrückt. Weil er erst gemüdelt hat. Oh, da muss ich erst mal weiter weg. Was soll ich hier buddeln? Aber da hat er seine Ocarina doch. Er flötet da wie verrückt. Du hast recht. Das spricht dafür, dass er nicht hier ist. Von der anderen Welt. Da kommt ja aber auch nichts anderes hier aus. Das würde mir das ein bisschen frustrieren, oder? Das war Rare wieder ganz schön zauber. Nein. 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 Wir haben das nicht gemacht. Darf ich jetzt in den Dungeon? Nur wenn du zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommst und das machst. Oder du vielleicht? Nee. Ich will doch gar nicht. Du hast diese blöde Schaufel geholt. Genau. Ja, klar, ich will. Möchtest du vielleicht den Controller wieder übernehmen? Nein. Ich bin doch liebensvoll. Wir haben auch gar nicht mehr so lange Zeit. Nee. Na, versuchen wir da drauf. Oh, nee. Was ist denn jetzt? Nee. Das waren immer dann Star Wars Köpfe. So Stormtrooper. Das sah ein bisschen so aus. Das geht nicht viel in Kaka. Da bist du. Schatzgarten. Da gibt's glaube ich ein Herzteil auch. Ja, ich grabe. Das ist mir zu stressig. Geh weg. Geh kein Geld. In Ruhe. Obwohl, jetzt habe ich ja eigentlich nicht mehr. Wie viel Geld habe ich noch? 949. Äh, ich mein, äh, Zeit? 17 Sekunden. Braucht das alles nicht, was hier kommt? Reiß doch nur die Pflanze aus der Erde. Hab das runter. Kannst du nicht. Hm, soll ich nochmal versuchen? Mhm. Ach, scheiße. Du musst, äh, das Ganze jetzt mit aus dem Bild und dann gibst du mir da dieselben Sturm. Das ist ja auch scheiße. Oh, wir haben das ganze Land wieder repariert. Ich muss hier mal rechts zeigen. Bist du sicher, dass ich es hier im Herz zeige? Nee, das sind wir nicht. Das geht nicht, ja? Nein. Das geht nicht, ja? Nein. Du kannst doch auch so eine Hand graben. Doch, das ist auch eine Genehmigung, ne? Aber das ist ja ganz nett. Kann mal beinahe. Du kriegst nämlich sonst nicht die Schaufel, aber wir hatten die Schaufel, weil wir schon bei den Flötenflöten waren. Ne, das ist doch nett, ne? Ja. Das ist, äh, sehr realistisch. Ja. Das ist halt ein gutes Geschäft, was der Dicke immer an mir aufgeschickt hat. Okay. Ist doch vorbei. So, auf ins, äh, Dungeon-Dorf. Eins, zwei, ich seh keine zwei. Unten in der Mitte. Unten in der Mitte. Da war ich eben schon. Hast du schon was gegessen? Ja, Katjes. Richtig essen. Achso, Katjes reicht doch. Ich hab ein bisschen zugenommen, ich muss mir ein bisschen aufnehmen. Gut, das ist doch verdächtig. Erstmal gratis. Hm. Oh. Nicht mit dem haben wir. Ne, da ist es nicht. Mhm. Sehr gut. Was ist hier los? Da kannst du in die Höhle, da bist du jetzt nicht reinkommen. Was ist das, ne? Das ist ne Mine. Ja. Stimmt. Haha. Hahhariko. 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 Hahhariko Goldbeeren. Ich habe heute, weil die Seelachsrolle mit Brokkoli gefüllt, alle warm, haben. Dumme frische Fischfrikadellen nur bekommen. Hä? Du wirst in die Blume gebeamt. Und das war nicht so sehr gut. Lachsfrikadellen. Lachsfrikadellen. Fischfrikadellen. Ich wollte mich enttäuschen. in der ganzen Kurs. Aber ganz kurz nach links, da kannst du eh nicht weiter. Also ich will mal gucken, dass da kommt. Da hast du mir keinen entkommen, keinen Eingang, keinen Zugang, keinen entkommen oder so. lauter falle oder ist die an der wand er kommt gar nicht dazu seine bauten zu schmau es ist beschäftigt damit zu sterben wieso denn spiegel sieht das so aus hier ein karten stein feiermedaillen und verbrennt der und jetzt haben wir uns wollen eine riesige kraftwerke und die kann man Ich glaube, ich hab sie nie benutzt, die sind dabei aus. Wie kann man die denn einsetzen? Ach da. Hm. Ganz gut eigentlich. Du brauchst verderbe viel Magie. Ah, mach auch ein hübsches Feuerwerk. Du magst deinen Hammer. Ja, das stimmt. Gut, jetzt darfst du nur den Tempel gehen. Ich darf, vielen Dank. Bitte. Was möchtest du denn essen? Weiß ich nicht. Wie war's? Stulle. Mit Jagdwurst. Nichts. Nee, keine Stimme wie Jagdwurst. Warum nicht? Verachtest du Jagdwurst? Ich mag Jagdwurst nicht so gerne. Ganz genau so wie die Kackwurst und die ganze andere Kackwurst. Dungeon Nummer 5. Ich bin es. Ich kann sogar mit der Vergangenheit reden. Alles hat ein Gegenstück. Das sagt er mir jetzt. Das ist gleich die Vergangenheit. Das ist die Schattenwelt. Das ist eine Link für so Schattenwelt. Ja, das ist schon mal schwierig. Ich würde sagen, dann musst du erstmal in die Lichtwelt. Wenn du hier alles flutest. Das geht mir. Doch, ich komm zum Ausgang. Achso. Wir haben den Weg gesprachen. Tauchen zu mir. Das ist doch aber... Das hast du doch alle schon mal gemacht. Müssen die Fische nochmal töten. Tut mir leid, liebe Fische. Aber du hast das schon geflutet. Ja, es ist wieder alles heil geworden. Ja. Fische hier, hau rein. Vor allem müssen wir es doch gar nicht... Achso, du musst es fluten. Ja, du musst da rein. Du musst es fluten. Aber da drin ist das fluten, oder was? Ja. Echter Schalter. Geht nicht. Das ist wohl nicht so ein guter Soundeffekt, ne? Nee. Stimmt. Ich kann nicht schwimmen. Ah. Wir müssen ja schwimmen können. Wo lernt man schwimmen? Ich würde jetzt denken bei den Soras. Ja, das würde durchaus schwimmen. Oder da. Bei dem hier? Da ist so ein Kreis. Was sind denn das für Leute hier? Irgendwie hier in der Nähe? Nein. Na, jetzt haben wir das ja ausgetrocknet. Ja, das ist Systematic. Ich hab nur doubt about it. Nee, nicht in die Wüste. Da müsste man selten schwimmen. Das ist der Sumpf des Bösen. Huch! In der Wüste lernt man selten schwimmen. Philosophie mit Biba. Das ist gar keine Philosophie. Nebensweis halten mit Biba. Ey, du bist sonst... Sonst verrätst du doch auch immer alles. Ja, ich sollte ja aufhören damit. Jetzt darf es gehen mal wieder. Da verhebst du dich. Es gibt einen fetten Hexenschuss. Linker tatsächlich pinke Haare. Ich sehe das auch noch im Original. Ja. Das Spiel ist irgendwie anstrengend. Das Bild. Das Spiel. Ja, aber man weiß nicht, warum. Nee, genau. Wolltest du mal lernen zu einer echten Welt schon? Weiß ich nicht. Also ich würde ja auch lieber einen echten Menschen zu einem Schattenwesen auslassen. Ach, das ist Tod. Ich bin aber auch einfach lieber hier in der echten Welt. Wieso machen die Schulterknöpfe nix eigentlich? Soweit waren wir noch nicht die Features von auszureizen. Ich habe keine Idee. Das ist ein bisschen schlecht. Ich habe zu viele Kattels gegessen. Ja, vom da stehen bleiben und in die Wüste gehen, musst du nicht schwimmen lernen. Du musst ja mal ins Wasser springen, oder was? Nein. Das würde man mit dem Kind so machen. Aber... Jetzt geh doch mal da weg. Das hat nicht viel Herzen gekostet. Das ist von der Nazi-Scheiße hier. Also du musst entweder im Norden oder Nordosten bei sowas werden, oder hier irgendwo da gehen. Du bist die ganze Zeit auf derselben Stelle. Immer hoch und ein bisschen links. Findest du ja hoch, ne? Nicht so links. Das ist nicht die Wüste. Das ist nicht die Wüste. Aber das ist auch schloss. Jetzt links, da links, da links, da links. Ah, nicht doch. Leider. Da, wo du kannst du das mal los. Da zum Beispiel. Da kannst du nicht schwimmen lassen. Das weißt du. Ne, das sieht so aus. Da ist nämlich der Hammer am Start. Warum ist da oben so ein Meisterloch? Na, was? Hast du gesagt, der Hammer ist am Start? Na, rechts sind doch die Hammerflotter. Ja, da können wir doch da kommen. Und dann machst du da oben, wo der kleine Fleck ist, machst du ihn spülen. Und dann ne Bombe? Spiele. Keine Bombe? Ah, ah. Das kannst du nicht mal hochnehmen. Ist auch ein scheiß Teleporter. Das ist quasi ein doppelter Teleporter. Das ist ein doppelter Teleporter. Man weiß gar nicht, in welchen man läuft. Ich habe nicht gedacht, das hier irgendwo wo du denn ein Spiel hängen. Schlimm lernen kann auch eigentlich nicht so schwer machen. Also wir kriegen doch die Flossen garantiert davon hinzu. Geh mal einfach nach rechts oben. die schlossen auf jeden fall auch rechts rum kommt mal hier ganz rechts hier unten und dann rechts rum ok, ich weiß, ich bin immer wieder hier entweder rechts und dann hoch oder komm auf die Karte nee ist da links rum und dann da hoch wo sind die sowas? da, unter der 7 unter der 7? du musst da links an der dicken Kante vorbei ja, das ist schon klar ist das unten wo die 5 ist nicht auch Wasser? ja und das ist aber nicht der sogenannte Teich oder was? ja, das ist der Judier ja und da kann man es nicht mehr? ja, und dazu war es falsch du? nein, da kann man es nicht ja, da kommen wir doch gar nicht hin weil wir noch nicht schwimmen können ziemlich viele Fehler gemacht ich hab völlig den Überblick vergessen wie lange wir schon spielen und ist das dritte Video jetzt? ja also 15.30 Uhr dann müssen wir jetzt mal gleich schon wieder stopp machen Und ich möchte festhalten, es ist in diesem Video nichts Ereignisloses passiert, also doch eigentlich schon. Nichts Ereignisloses passiert? Aber es ist ein Ereignis passiert. Wir haben das Feuermedaljon erworben. Nee, auch nicht. Echt. Du bist immer nicht so für das Morden. Nee, es bringt einfach nichts, wenn man wenigstens leveln würde. Was ist da in der Hütte? Ähm, im Laden. Ich fahre aber eben schon wieder, da ging gar nichts. Ich glaube, wir müssen genau dahin, wo ich von dem Spacken das Medaillon bekommen habe. Ereignis. Und dann aber in der anderen Welt. Und wir hätten die Flossen schon längst bekommen können, ich glaube, schon bevor wir das Masterstern hatten. Wir haben uns das einfach nicht geholt. Hm. Ja. Wenn ich hier jetzt gleich mal wieder Beans... Dann da hochläufst. Ja, da oben hoch. Ja. Fucking hell. Das ist ein Herzteil. Hier ist ein Herzteil? Ja, da oben rechts. Was? Ach so, kann mich da noch nicht finden? Äh, ich glaube nicht. Ganz voll. Mann. Was? Keine... 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 Hä? Ich hatte ganz tiefe Wasser geschmissen. Oh. Ich wäre fast umgedreht. D fisher kaccimisch. Da habe ich ja nicht viel zu tun. Der mega king. Ha, ha Kun. Ha, ha ha. Die gucken暢 nin. Mein. ab ich hab nein gesagt absolut nicht oder? Meiner bin ich glücklich unglücklich dass du spielst du bist voll echt gemein du hast es nicht geschafft netter zu werden ne ho 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 er hat heute das Geschäft seines Lebens gemacht tun wir Pause sofort ich bin immer noch hier ich will den Fudel ne warte noch mal sowas gemacht weil gleich ein Pfiff ist oh das war's schon ich will euch den guten langen Wald und go Bayern go ich wollte uns eigentlich nicht ähm nach außen